Ich habe euch heute einen Wein vom Christian Hirsch mitgebracht. Laut Wienum Weinguy 2021 der Aufsteiger des Jahres. Aber auch schon beim Meininger Rotweinpreis 2020 hat er den ersten Platz belegt. Und nicht nur das, er hat gleich den ersten und den dritten Platz belegt, weil mit einem Platz hat er sich natürlich nicht zufrieden gegeben. Auch der Gourmio sagt zu ihm, sehr empfehlenswert. Und jetzt habe ich hier einen absoluten Top-Wein aus seiner Reihe Großes Geweih. So nennt Christian seine Top-Reihe, ein bisschen angelehnt natürlich an seinen Namen Hirsch, den L-Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen, das hat er nicht umsonst. Das Ausrufezeichen steht einfach dafür, dass das hier ein absoluter Top-Lemberger ist. Lemberger, diese Rebsorte ist die DNA Württembergs. Eine der Rebsorten, die in Württemberg halt vorherrschend ist und die auch wirklich für diese Weinbauregion steht. Dazu passt auch, dass der Wein 30 Monate in Eiche reifte, aber nicht in irgendeine Eiche, nicht in amerikanischer, nicht in französischer. Nein, er reifte 30 Monate in schwäbischer Eiche. So passt das auch richtig gut zu dem Lemberger. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich hier keinen typisch deutschen Wein, wie es bei Christian Hirsch gewöhnt sind. Hat der Wein wirklich eine internationale Charakteristik. Und so schmeckt er, wenn ihr den probiert, auch extrem fleischig. Hat eine druckvolle Eleganz, hat eine würzige Frucht. Diese typische Lemberger-Frucht ist vielschichtiger. Er schmeckt immer ein bisschen anders, wenn ihr den eine Weile trinkt. Jeder Schluck schmeckt ein bisschen anders. Ist mineralisch, hat viel Saft, ist samtig, ist animierend und natürlich lange, 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 lange anhaltend. Das alles kommt davon, dass Christian seine ältesten Weinberger für diesen Wein benutzt hat. Jeder Stock hat da wirklich nur eine Handvoll Trauben. Das heißt, wir haben ganz wenig Ertrag und dadurch natürlich auch nicht viel Wein bekommen, aber dieses ganz wenig Ertrag, all die Kraft von diesem Stock wandert halt in diese wenige Trauben und das schmeckt man einfach auch. All das, was der Stock zu bieten hat, ist halt in wenig Ertrag vorhanden. Wenn ihr den ins Glas eingießt, dann kommt euch gleich so ein ganzes Aromenpotpourri entgegen. Das heißt, der Wein duftet nach Cassis, nach Kirschen, nach Brombeeren, nach Granatapfel, aber auch nach Vanille durch die schwäbische Eiche. Dazu kommt noch Kaffee, Kakao, dann Edelhölzer, dann diese würzige Sachen wie Nelke, Wacholder, Lorbeer, Muskat, Pfeffer, Thymian, dann noch so ein bisschen Holunder und Pfingstrosen. Ihr seht ein ganzes Aroma Potpourri. Das kommt natürlich auch durch diese ertragsreduzierte Traubenauswahl und natürlich durch das Holz. Das Holz bringt immer noch so ein paar Aromen dazu, die der Wein nur mit Frucht nicht hätte. Einer meiner persönlichen Favoriten. Wir haben ihm 94 von 100 Punkten gegeben. Also wir finden ihn wirklich auch hervorragend. Und ich finde, dieser Wein, der passt einfach zu Weihnachten. Jetzt habt ihr ein bisschen Zeit. Das sind die Genusszeiten. Holt euch ein Fläschchen oder zwei oder drei oder am besten gleich eine Kiste, weil den Wein könnt ihr auch noch eine ganze Weile lagern. Der wird besser und besser und besser und besser. Ist aber jetzt schon auf einem ganz tollen Niveau, weil wir haben hier schon Jahrgang 2015. Das heißt, der Wein hat jetzt schon ein paar Jahre hinter sich. Und demzufolge ist er natürlich auch schon harmonischer geworden. Alles hat sich ein bisschen besser miteinander verbunden. Wie gesagt, er könnte ihn noch lagern, aber er könnte ihn auch jetzt trinken. Er hat eine tolle Reife. Er hat eine tolle Traubenauswahl. Er hat eine tolle Verarbeitung. An diesem Wein ist einfach alles toll. Und deswegen solltet ihr ihn unbedingt probieren. Den L-Ausrufezeichen vom Christian Hirsch aus Württemberg. Er hat eine tolle Verarbeitung.